So, neues Ründchen, Smile, mit dem Dennis. Hiiii, hi, hi. Heute zocken wir mal in den Conquest-Modus, das ist quasi der normale LOL-Modus, den man auch aus LOL kennt. Was nehmen wir denn mal hier für ein Held? Letztes Mal bin ich eigentlich ganz gut mit Loki gefahren, ne? Ging eigentlich, der Anfang war ein bisschen kacke. Kannst ja mal Bakkus nehmen in einem normalen Game. Ja, auch schon Range Carry. Ah, nee, nee, das ist Melee, ich will nichts Melee-mäßiges. Melee ist am Anfang echt scheiße schwer, ey. Ja. Vor allem im normalen Modus hier, er ist echt kacke. So, Auto-Level-Skills machen wir auch mal aus, weil ich hab mal eine eigene runter. Das ist jetzt aber schwierig. Das ist jetzt aber, ähm, ähm... Tank, please? Ja, ja, okay, ich nehm Bakkus. Okay. Das ist aber lieb von dir, Dennis. Ja, so bin ich. Das ist aber sehr sozial. So, warte mal, ich guck mal eben, ob es hier irgendwie so ein Guide gibt für Jungling-Boy. Dschungling-Dschungle-Loki. Smite-Loki-Build. Das Item soll man mit Junglen. Okay. Warum? Das ist eine gute Frage. Schütt mich ein, mach ich nicht. Na, probieren wir das mal. So. Transzedenz heißt das irgendwie. Power, also mal Transzedenz, wo ist er denn? Da ist er, 870. Dann soll man den Smite-Spell mitnehmen. Smite-Spell ist auch gut, ne? Ist auch richtig gut, oder? So, und dann 5 Potions. So, und dann hier, was geht man als erstes hoch? Wahrscheinlich. Was geht man denn hier als erstes hoch? Mal gucken. Decoy, also, ja, ist klar. Macht Sinn. So, dann wollen wir mal im Dschungel gehen. Dschungel. Dschungling. So. Ich war noch nie Junglen, hätte ich gesagt, ey. Mit Bakasura geht das eh übelst leicht, ey, weil du einfach einen Creep essen kannst. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich denke mal, ich werde hier mal beim kleinen Pack anfangen. Ich tue nicht. Wo steht da auch, wo man startet? Ist da irgendwie so ein Bild oder was, wo man startet? Nein. Wenn du jetzt failst, bist du übelst dann. Trollo. Noob. Noob! Ja. Ich denke mal, die Minions kommen jetzt gleich hierhin. Ach, du hilfst mir, oder was? Da hab ich gedacht, oder? Ja, kannst du machen. Oder nehme ich die da durch, irgendwas? Nee, nee, nee. Kann's gehen. Ist okay, danke. Kann ich direkt Blue Buff gleich machen? Blue Buff. Er ist doch quasi Blue Buff. Ja, aber... Ich hab schon einen Range auf der Lane. Das ist schon scheiße. So, Blue Buff habe ich auch. So, zack. Ich guck mal, ob ich jetzt vielleicht direkt ganken kann, Dennis. Ah. Können wir direkt die Bogenschützen, Alde, weil die hat nämlich kein Escape, weißt du? Aha. So, pass auf, ich komm jetzt von hinten. Ich bin Stealth. Ich komm jetzt. Kannst du dir die noch? Boah, die hat Speed Boost, ey. Die hat sich echt das Speed Item gekauft, Mann. Scheiße, ist das denn? Ich guck mal, ob ich gleich nochmal kommen kann. Hm? Wenn der nicht back geht. Nee, der geht nicht weg. Jetzt wieder da? Ich bin auch da. I'm back. Dude, I'm back. So, das wird dem wahrscheinlich... Das wird dem wahrscheinlich mega gestresst haben. Aber I don't care. Ich hab hier Minions, oder? Minion Aggro. Egal, mach ich tot. So. Jetzt hab ich auch meinen Slow-Schlag. So, jetzt mal gucken, jetzt werd ich mir noch hier die... Cut Minions machen. Ja. So. kann man das hier so schreiben einfach Peric has slain the enemy wollte er mich im Wald abreißen Dennis, ey, hab ich den erstmal richtig gefistet ey, den Boy richtig schön gefistet so, mal gucken, vielleicht kann ich den in der Mitte hast du den linken gekillt? oder war das okay, Peric is ganz ganz gut ja, Entschuldigung, ich war grad ein bisschen koncentrated ja, ich hab den, ne, der da bei dir auf der Lane war wieder der Bogenboy ja, mein ich doch ja, soll kurz hier warum kriegst der Tower keinen Schaden, Alter? ist er behindert? so, jetzt hab ich erstmal Transzendenz nochmal aufstufen hier popular, so, jetzt hol ich mir erstmal die Boots hier nochmal einen Heiltrank mitnehmen hat auf jeden Fall gut gestartet, das Game für mich für dich eigentlich auch, ne, oder? hast du einen guten Start gekriegt eigentlich dadurch den Game da schon ich komm gleich nochmal zu dem Bogenboy lass den richtig ausrotten, ey der richtig richtig rumweint ich hab gar keinen Bob mehr auf das Spiel, dann, ey so, erstmal mach ich jetzt hier die kleinen Goals oder mach ich erst den ne, ich mach erst den dicken ich guck mal erst den Attack Damage Buff vor allem, wenn ich Ulti hab, ne wird die so zerstört werden, ne die Bogenschütze, Alter die werden wir so ausrotten so, ich auf jeden Fall schon mal ein krassen Level-Vorteil Peric is slained an enemy immer dieser Peric Peric warum geht der Peric denn immer so steil ich hab drei Mann, hat die mich hat die sich echt gefüstert ich komme jetzt, pass auf pass auf jetzt hey Bogenboy hey Bogenboy hey Bogenboy bei Bogenboy bei Bogenboy oh, der Invis Boy ey, das ist so lahm, ne oh, Dennis ist weg cool das ist natürlich auch strong so, was machen wir denn jetzt hier mal Transzedenz aufgestuft so, dann wollen wir mal gucken Blue Buff ist ab mal hoffen, dass der Dennis jetzt gleich wiederkommt sonst wäre das nämlich ungünstig Mana habe ich jetzt auch ziemlich viel bis jetzt ist der Item-Bild eigentlich so ganz cool wie ich den gemacht habe Dennis? Hallo ja, WB ich habe die Bogenboy habe ich abgerissen das habe ich noch mitgekriegt ja, war sehr cool so, Blue Buff habe ich jetzt auch wieder warum habe ich denn Decoy auf Level 2 frage ich mich gerade oh Mann ey, ich bin so ein Kacknoob ey ich habe meine Ulti gar nicht aufgestuft ey, oh mein Gott so, der braucht überhaupt keine Hilfe werden wir mal gucken, ob ich den Bogenboy nochmal abreißen kann der sieht ganz schön lecker aus da hinten ja, ja boom boom, boom, boom 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 boah, Alter fuck, man ich habe mich schon wieder verskillt ey, Mann ich habe meine Ulti immer noch nicht so ein Scheiß, Mann ich habe mich schon wieder verskillt ey oh, Rotze ich meine Ulti gehabt, hätte ich dich schon vorher gekillt ey scheiße, Mann hat die aber gar nicht mal schlecht gemacht, Mann hat die sich echt noch nicht töten lassen von mir ist ja nicht cool irgendwie, ne soll die sich mal lieber töten lassen hier maximal 50 Stacks, okay 10 Mana per Minion Kill, okay ah, ich habe keinen Blubuff mehr, ey aber egal, ich habe Mana ohne Ende eigentlich manerweise müsste das auch so klar gehen jetzt erstmal noch ein Level machen, ey so, jetzt habe ich Ulti so, jetzt kann ich auch was machen, hier jetzt werde ich mal Nave abreißen, glaube ich Cooldowns brauche ich nicht so, da hinten ist Nave so, mal gucken, ob wir da mal reißen können schade, ob man hier nicht pingen kann hau rein hau rein, dude so, jetzt habe ich mir noch ein Attack Speed Item äh, Attack Speed Buffer oh, Alter macht ich dich tot, oder was? die macht mich jubelsblatt, ey ja, warte, ich komme jetzt gleich hin ich habe mir eben Attack Speed Buffer und dann mache ich Go hier auf dich also auf deinen Typ da ja, auf deinen Typ da ist aber logisch ich ruf mal, ich füge mal eben Cati hier hinzu so, ich komme jetzt zu dir, Dennis und helft dir, warte ja oh, der Baku ist hier, alter der kleine Bob pass auf, der kommt da im Sammels Alter, fliege ich schon wieder auf den Deskorb, Alter fliege ich schon wieder auf den Deskorb ja, Dennis, würde ich mal sagen hast du denn gekillt? ja, ich habe die gefistet hallo, was erwartest du von mir, Mann ist doch wohl logisch oh fuck jetzt habe ich mich sichtbar gemacht das ist nicht cool jetzt kommen die mir bestimmt hinterher, oder? oh ja, die kommen der Bakus rennt mir hinterher, Alter what the fuck na, der Dude hat gestoppt oh nein, hat der nicht ui mit meiner Ulti konnte ich neu escapen, Alter ui, 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 alter das war knapp das war richtig knapp, Junge, 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 Junge kommst du hierhin, guck dir die Scheiße an Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach weil die weiß ich nicht zu dumm sind oder was wissen wir, was zum Kran wiegt, oder? gut, hätten wir das auch mal wieder muss doch sein, immer kennst du das doch so, was haben wir denn hier, Active nehmen wir nochmal hier den Sprint mit so, Dennis, ich komme nochmal bei dir ganken mal jemand gucken ganken, ganken so, Kati ist auch da, glaube ich, ne? weiß ich nicht ich höre jetzt nichts gut, äh, ich komme auf jeden Fall jetzt nochmal zu dir jetzt mal hole ich mir Blubuff Blubuff ich komme mit dem Blumenbuff oder brauchst du direkt ne, die ist am Turm, ne, ich komme direkt mal hört ihr mich nicht? ja, jetzt hören wir dich hallo? jetzt immer noch? ja, wir hören dich ok Dennis und ich nehmen gerade noch eine Smile auf aber und zwar trotzdem hier rein hallo Lommertrend boah, ey, immer Ulti machen, ey kill dat Schwein, ey gib 5 Gold die ist so strong, ey boom so ein Ally has been slamed ok ich komme mal Mitte Bastard killen, ey Bastard nach Mitte Tower killen, ja, ey nice job hat der Anubis mir gesagt na, wenn der dat sagt man, man gegangt, ey wo ist gegangt, Dennis? oh aber nicht schön Dennis, bist du schon bei der nächsten Aufgabe? nein ist heute der letzte Tag? morgen so ah fuck, ey hab ich richtig gefällt wow wow alter fuck hat die mich gekillt, ey scheiß die Wand an, ey was soll ich denn hier für Items noch kaufen? was sagt denn der Item-Build? Executioner, okay gut zu wissen Power wo ist der denn? Executioner da ist der Attack Speed und Physical Power okay was ist denn mit unserem Team? unsere Anubis hat auch 4-0 Agni hat 1-5 von uns ich bin ja auch strong Arachne und Nave haben 4-1 und 4-1 die Arachne ist strong gut ich gehe mal nochmal im Jungle und dann komme ich nochmal wir könnten mal eigentlich einen Top eigentlich mal einen Tower einreißen langsam, ey ich komme dann gleich mal ja, ich komme dann gleich mal die Genken und dann können wir dann mal eine Tower abreißen oh, die kommt von hinten pass auf Dennis zack so, Attack Speed geholt ich soll komm hier den Golem machen ich weiß nicht, was ich machen soll fuck, man scheiße, ey ich dachte, der wäre einfacher, der Golem, ey fuck, ey voll den Golem unterschätzt bin ich da in diesen 300-Gold-Mob reingerannt ey, da wären aber 300 Gold fürs Team gewesen hätten wir den geschafft, ey scheiße, ey dann machst du halt wenig Damage, ne oh, jetzt, jetzt killst du den, oder? ne, doch nicht lass, lass das nicht, nicht oh, jetzt stirbst du du bist aber auch tanky, Alter heftig, heftig na, ich komme jetzt nochmal vorbei dann machen wir die tot sie hat kein Schwein mehr können wir die richtig fiesten boah, die macht immer den Turm, ne ja kleine Hure da, ey ach, ich komm ich brauch wahrscheinlich nicht mal Ulti ziehen groß auch nicht tschüss einfach mal hier pushen, ey ich zieh mal den Turm hier weg, komm ach, du bist gar nicht hier egal, ich zieh den alleine mal eben Fettsack auch nochmal eben gefistet F4, so 9,3 hab ich oh, die Deppen reagieren aber auch nicht auf rechts, ey kommst du perfekt, perfekt ginken, ey ja, das ist ein bisschen so eine Sache mit den Leuten, ja ich hab den einen Turm schon mal weggezogen, da, ne jetzt mach ich mich an Mitte ran was macht ihr sexy? ja geh ich voll drauf ab auf Mitte so, jetzt hab ich auch dicke Items Items, Items, Items zu eben noch den Damage-Debuff, äh, Damage-Buff holen, und dann mach ich die alle doot mach ich die alle doot so, Momentchen mal ich komm jetzt ich komm jetzt nach rechts, Dennis, warte ja, komm ey komm boy komm mal da vom Baum runter, boy so, warte ich bin auf dem Weg ich bin schnell schnell, schnell ist hell oh, hier sind vier Stück, Alter na, ich seh das schon der Bakkus ist mir gerade auch im Wald entgegengekommen Hannubis ist auch da, ne brauchen eigentlich nur kurz am Turm kommen den Turm wegziehen ich bin am überlegen, ob ich den von hinten einfach mal eben Backdoor ich glaub, das mach ich mal eben ich mach den jetzt tot ich mach den Tower weg Arachen ist auch tot Bastet ist auch tot ich bin sehen Triple Kill die ist Peric du es tronk nein nein ah, fuck der Bogenschütze war da scheiße lecken leck mich doch scheiß die Wand an so, jetzt muss ich mir noch das eine Ding holen hier Titans Bane so, jetzt mach ich damage der Mage mach ich jetzt 12-4 hab ich, ey boah, unser Agni hat 1-8, Dennis ich stirb an den 8 Mal, Mann oh Mann, ey das ist ja schon echt hart aber dann hält es eigentlich nicht schlecht, ne ich sag mal so Damage machen kann er nicht aber tanken kann er wie die Hölle, ne und engagen ja ist schon echt nicht schlecht wir könnten jetzt mal diesen Gold-Mob machen wenn du mitkommst ich hab Smite ready und wir könnten jetzt gleich mal rein ist das Feuerding oder was? ja, nicht das Feuerding den anderen den kleineren Mob weißt du, der 300 Gold gibt die sind auf den Goldpunkt der auf der Map ist dieser ah, hier sind ja nur drei ja, ja, da wo du bist, Dennis das ist schon richtig so hier sind nur drei drei Gegner oder was? drei goldene Punkte auf der Karte ja, der rechte der in so Steinmauern ist ich komm da jetzt hin, warte hab ja auch schon dick Damage DERM ARCH pass auf nicht, dass die hier hinkommen ich fang an ich fang an ich fang an ich fang an immun ich smite den weg pass auf smite, smite, smite ist off oh fuck den escape gesehen, Alter fett sack komm her komm fett sack fettibum fettibum die machen links kaputt oh fuck die machen links kaputt das ist natürlich scheiße warte, ich komm oh fuck, Alter jo, die kommen echt mit links mit ein paar Mann, ey bist du da und defst oder was? ja oh, warte mal ey oh, ich komm hin, warte mach nix bin gleich da bin so schnell wie möglich unterwegs ich kann grad noch defen, Mann ja, ist okay durch den Wald rennt ein Lowlife er ist tot ja, dann packe ich mir jetzt auch noch da komm noch her, du Forze der läuft durch den Wald der läuft durch den Wald? ja, kommt dir entgegen oh do it like a cell ich hab eh jetzt, fünf Sekunden hab ich Ulti du oh ist schon okay kannst auch mal einen Kill gebrauchen lass die direkt durchpushen jetzt okay ist einfach die Minions hier verteidigen, warte nicht, 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 nicht am Turm der Turm macht schon viel Damage ja er macht schon ordentlich Damage, Alter bleiben die Minions, Alter pass auf, da kommt einer aber den können wir auch fisten direkt ja hä? stirb, du spast, du soll direkt die Gebäude weghauen, komm boah, die Katte, du rauscht Katte, du rauscht oh, die, oh, die rauscht total laut boah, ich muss dich rausschmeißen, Alter ich kann halt nicht drin lassen so ich würde sagen, wir pushen einfach hier weiter, Dennis aber ich muss weg, ich bin oben, ey boah, übertreibt mich verrückt du meinst halt, wer zu dreist, ja? ja da hast du wahrscheinlich recht jetzt hören wir noch eben dort Attack-Speed-Buff-Dingen na, der ist weg soll vor viel ja schuldigen, bringt auch nichts, ey links ist durch könnten wir hier doch einfach reinspringen in der Mitte, oder? kommst von hinten? ich mache jetzt die linke Seite komplett durch oder versuche ich da ist die Artemis okay, da wird nicht klappen komm mitte einfach ja, ich komm mitte warte, ich bin auf dem Weg so, ich bin da auch unterm Turm, wenn es sein muss ja boah, der besoffen scheiß da, ne? stirb, dude stirb, dude ja, ich geh mal eben weg ich hab 3700 Gold, oder? ich hole mir jetzt dicke Items was wird hier noch empfohlen? ach, das Item, okay diese Kinblade na, ich hole mir lieber dieses Attack-Damage-Item wird Crit erhöht Crit-Schaden so, und jetzt Live-Leach Live-Steal gibt es irgendwo Live-Steal? hier genau HP und Live-Steal-Aura so, jetzt komme ich, Alter jetzt mache ich Damage 300 AD habe ich wir könnten den Fire-Golem machen, wenn du willst der gibt uns nochmal einen Dicken na, rechts wird angelockt na, rechts wird angelockt na, rechts wird angelockt na, warte, ich komm ich komm von hinten so wie es mein Schar mag da ist er, da ist er gehst weiter vorne ich komm lalalalalalalalalalalalala Jörg, Alter nun kommst du nicht eh STITIB die alle Angst haben, Alter, echt solltet ihr auch ihr schweine ihr das setup hier echt bakus und loki in your face aller dann soll ich da nicht noch dort schauen so wenn unsere creeps da sind einfach den tower ziehen scheiß auf den rest einfach den tower also jetzt schon weg komm schon den ersten phoenix wegziehen hier weiter ich mache schaden an dem turm ja gut aus die richtig gut aus hier ficken der dicke mino ich schau mal ab dass die anderen lanes auch noch weg ziehen das muss einen weg ich mach mal eben die minions im wald so ich habe mir jetzt eben das item fertig und dann kaufe ich mir noch ein consumable und dann geht's los ok jetzt ein pot noch machen wir noch den fire giant los können wir auch schon zu zweit machen glaube ich schon so ein tier oder mal ich mache eben noch den minions die minanzieren bald geben attack damit spaß so jetzt komme ich 396 ad habe ich ich schütt den tink tank den shit hier shit den tink dein mofo alter 480 attack damage hohohoho jetzt pass auf jetzt mach ich den penta instant Instant Lass mal links den Bogenschützen abbeißen Okay Let's do this Oh, die pushen Mitte durch Obwohl da ist nur der Bakkus Die kann ja nix Achso, 1100er Crit Mhm, cool Cool Stuff, Bro 19,4 hab ich alles War mega steil 480 Attack Damage Boah, block mich doch nicht, du Mistgeburt, Alter, ey Boah, wirst du jetzt durch deine eigene Mails aufgehalten, ey Ja, endlich Rechts? Ach nee, wir sind Mitte, aber so Ah, sorry, bin wieder da Mitte haben wir auch Mitte haben wir auch, das ist gut Kriegen wir auch sowas wie Super Queeps oder was? Keine Ahnung Mach auf jeden Fall jetzt noch das eine Gebäude hier weg Ah, wir sind schon dran Ach, ihr seid schon an dem Mino oder was? Ja Na gut, warte, dann komm ich auch Ja, sehr schön Ja, das war's mal wieder für heute mit Smite Wir hoffen euch hat der normale Modus auch mal gefallen Äh, ja, wir würden sagen Einfach bis zum nächsten Mal Tschüss 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 ți